hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich habe hier einen charakter ich habe den halt gestern neu gekriegt und hierzu mache ich ein video für später und daher habt ihr den bestimmt schon gesehen mein kleines viel spaß beim video bei br reiki ok und hier ist die erste runde mit meinem neuen charakter den ich gewonnen habe die ich ja damals schon mal hatte ja jetzt bin ich hier auf den br ranking ist weit weg eigentlich schlecht dass so weit hinter ist da können die anderen sich jetzt schon ausrüsten und ich muss noch warten und warte und warte zweifel schuld ich hoffe das passt wieder ausschalten wieder ausschalten lange aus gewesen na gut na gut da sind wir hier ist ein auto so schon scharfschützen und na kann raffeln aber die thomas finde ich nicht so gut eigentlich geht die eigentlich geht die die sind die ich glaube das war ein computer das gibt ja ein paar computer dann das g36 30 schuss aber erst mal reichen oh die schlaube in level 3 schon komplett ausgerüstet handgriff warum sagt er ich brauche den handgriff ich habe zwar keine waffe für nahkampf aber die in level 3 genauso gut ich hoffe ich War ich schon hier oben gewesen? Ich glaube, ich muss hier weg. Oh, das ist ja gut, ist gar nicht so weit weg, kann ich da hochlaufen. So ein Schlüssel für diese gelben Kisten da, den finde ich erst immer... kurz vorm Ende. Warum? Ich verstehe das nicht. Ich habe schon dreimal so einen Schlüssel gefunden, aber ich konnte noch nie da rein, weil das immer zu spät war. Okay. 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 Wechseln. Andere Waffen nehmen. Du schießt den Kreis? Was ist das? MPC? Das hat der Scheiß gesammelt. Und der... Okay. Und der... Oh, das ist ein Schuss. Ich habe mich nicht mehr auf. Ich habe mich nicht mehr auf. Ich habe mich nicht mehr auf. Hmm. Squadra kill! Do is who your mission is? Stab ineking. Dominating! Unstoppable! Rampage! Unstoppable! So, dann haben wir noch 15 Leute da. Hören wir mal hier hoch! Da läuft einer! Killing Spree! Killing Spree! Oh, nur einen neuen Schuss. Gebe ich mir auf. Killing Spree! 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 ich auf dem Rücken. Okay, jetzt. Das ist ja gar keine Ska auf dem Rücken. Was habe ich denn da? Ah, die SKS. Bleiben wir bei der SKS und holen uns ein anderes Gewehr. Ah, die Büsse. Ach, die Büsse. Ah, die Büsse. Medipack. Schreckend, nee. Der kann ich nicht zielen. Also ist das dann eine Nahkampfwaffe. Für Mittelstrecke ist die dann wieder scheiße. Bleiben wir dann doch lieber bei der Büsse. Dann kann ich wenigstens zielen, wenn es Mittelstrecke ist. Ich glaube, das war ein MPC. Ich glaube, das war ein MPC. Ich gehe hier rein. Zack. Die P90 ist auch cool. Soll ich die P90 nehmen? Ach, die hat auch eine gute Schussrate. Aber... Ich muss mir ein paar Sachen vielleicht rausschmeißen. Da. Schützen wir mal. Schützen wir mal. Schützen wir mal. Oh, okay. Jawohl. Ich hab's gehört. Ich weiß nicht von wo. Hat er mich gut überrascht. Oh. Kitas. Wasst. 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 Bescit. Deskens. Demol", Emil. Srax. kann nur die Kase Minus 16 Punkte na gut ok dann war es das für heute Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn auch nächstes wieder dabei seid bis dann mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen Tschüss Tschüss